Ihr wollt euer allererstes Hörspiel produzieren, wisst aber nicht ganz genau, wie ihr das machen sollt? Dann ist dieses Video genau richtig für euch. In diesem Video gebe ich euch fünf Tipps, wie ihr euer Hörspiel planen und organisieren könnt. Bleibt also dran! Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von MeinOhrenkino und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen was über die Planung und Organisation von einer Hörspielproduktion erzählen. Zu diesem Zweck habe ich fünf Tipps für euch rausgearbeitet und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar hätten wir da Punkt 1, die Arbeitsverteilung und Termine. Punkt 2, Verantwortlichkeiten. Punkt Nummer 3, Produktionsplan und Produktionsphasen. Punkt 4, Master und Finishing. Punkt 5, Promotion. Mit diesem Video möchte ich mich in erster Linie an die Hobbyproduzenten unter euch richten. Hobbyproduzenten, so wie ich einer bin. Das heißt, ihr habt einfach Spaß, mal ein eigenes Hörspiel zu machen. Und zwar gucken wir uns doch einfach mal an, was ich da für euch mitgebracht habe. Arbeitsverteilung und Termine. Natürlich müsst ihr irgendwie euer Projekt einfach mal anfangen. Und gehen wir einfach davon aus, ihr habt ein Hörspielskript fertig und ihr habt sogar die Möglichkeit aufzunehmen. Dann fehlen euch natürlich jetzt die Sprecher. Das heißt, eure erste Aufgabe wäre es, ihr müsst ein Casting machen und die Sprecherrollen verteilen. Für das Casting würde ich euch empfehlen, so zwei bis drei Wochen einplanen. Und ihr müsst das natürlich auch so ein bisschen bekannt machen, dass ihr einfach Leute erreicht über soziale Medien, Facebook, Twitter oder was immer ihr auch nutzen möchtet. Sprecht da die Leute an, ob sie Lust hätten, bei eurem Projekt mitzumachen, ob sie eine Sprecherrolle machen wollen. Und ganz wichtig, ob sie auch die Möglichkeit hätten, selber etwas aufzunehmen. Bei meinen Produktionen mache ich das so, wenn ich ein Casting aufrufe, dass sehr viele Sprecher bereits die Möglichkeit haben, selber aufzunehmen. Das heißt, die nehmen zu Hause auf und schicken mir einfach die Takes. Die Alternative ist, man könnte auch bei mir aufnehmen. Dazu muss natürlich dann der Sprecher hier hinkommen oder die Sprecherin. Das heißt, wenn ihr Aufnahmen bei euch zu Hause macht, müsst ihr das natürlich auch in eure Planung mit einbeziehen und Termine machen, wann wer wie Zeit hat, bei euch einzusprechen. Aber gehen wir erstmal davon aus, ihr macht ein Casting, wie gesagt, zwei bis drei Wochen, verteilt die Sprechrollen und schaut einfach mal, dass die Stimmen einfach zu der Rolle auch passen. Was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft, ist, dass ihr noch Leute braucht, die sich zum Beispiel um die Musik, um den Dialogschnitt oder die Vertonung kümmern müssen. Es gibt natürlich auch Leute, die machen alles zusammen, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Leute zu finden, die jeden einzelnen Posten besetzen. Das könnt ihr entscheiden oder auch, wie ihr gerade die Leute findet. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt koordinieren, wann die Sprecher und Sprecherinnen ihre Daten liefern bzw. ihre Aufnahmen. Ich hatte ja gerade angesprochen, ihr habt die Möglichkeit, dass euch die Takes von den Sprechern und Sprecherinnen einfach angeliefert werden und es gibt die Möglichkeit, dass sie selber aufnehmt. Da müsst ihr einfach einen Termin finden oder einen Zeitraum festlegen, in welchem Zeitraum die Sprecher und Sprecherinnen alles abliefern müssen. Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, mindestens vier Wochen, aber auch nicht länger als sechs Wochen. Also in diesem Zeitraum sollten ungefähr alle Sprecher alle ihre Takes zu euch geschickt haben. Dann müsst ihr euch natürlich noch über das Audioformat einig sein, das eure Sprecherinnen und Sprecher einfach abliefern müssen bzw. womit ihr selber auch aufnehmt. Optimal wäre natürlich, dass ihr alle mit dem gleichen Audioformat arbeitet. Ich persönlich würde euch das Waveformat empfehlen mit 16 Bit und 48 Kilohertz. Das ist auf jeden Fall so in der Hörspielszene, sage ich mal, so Standard und von der Qualität auch wirklich absolut ausreichend. 44,1 würde natürlich auch gehen, aber mit 48 wäre es noch ein bisschen besser, weil ihr in der Nachbearbeitung einfach noch ein Quäntchen mehr Möglichkeiten habt. Kommen wir zu Punkt 2 auf der Tagesliste, die Verantwortlichkeit. Was meine ich eigentlich damit? Bei den Projekten, an denen ich bis jetzt mitgearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass es immer gut ist, wenn einer dabei ist, der sozusagen der Boss von dem Ganzen ist. Der die Entscheidung trifft, der Streitigkeiten schlichtet, der auch die Leute mal ein bisschen fordert und sagt, jetzt kommt mal in die Puschen und liefert euer Zeug ab. Wenn das nicht der Fall ist, wird es einfach schwierig, weil irgendwann werdet ihr feststellen, dass im Laufe der Produktion so ein bisschen die Begeisterung weg ist. Die Leute liefern nicht mehr genau wie abgesprochen oder man ist sich nicht mehr ganz einig, wie was genau eingesprochen werden soll oder wie das Hörspiel sich entwickeln soll. Das kann manchmal zu Streitigkeiten führen, deswegen ist es da unheimlich wichtig, dass einer dabei ist, der letztendlich, ja wie der Regisseur halt, der das letzte Wort hat und entscheidet, so wird es gemacht. Er ist letztendlich auch dafür verantwortlich, ob dieses Projekt funktioniert oder auch nicht. Kommen wir zu Punkt 3 auf der Liste, Produktionsplan und Produktionsphasen. Hierbei geht es darum, dass ihr erstmal das ganze Audiomaterial, was ihr jetzt bekommen habt, einmal sichten müsst, beziehungsweise ihr müsst es euch anhören. Und zwar alles, damit ihr wirklich bestimmen könnt, was ist der beste Take für die Rolle. Ich würde einfach mal schätzen, je nachdem wie umfangreich euer Hörspiel ist, plant da mal ruhig ein, zwei Tage für ein, weil das ist eine Menge Holz, wenn man sich alles genau anhören müsste. Ihr müsst ins Skript gucken, ob er auch wirklich das Richtige sagt oder die Sprecherin das Richtige sagt. Und ihr müsst rechtzeitig den Leuten Bescheid geben, wenn ein Fehler drin ist, wenn die sich versprochen haben oder das Falsche gesprochen haben. Das nennt sich dann Retake. Deswegen in dieser Phase, also in dieser Zeit, müsst ihr die Sache nicht nur überprüfen, sondern ihr müsst auch den Sprechern Bescheid geben, wenn sie nochmal irgendeine Zeile neu einsprechen sollen. Plant daher also mindestens für Sichten ein bis zwei Tage, vielleicht auch drei Tage, je nachdem wie viel es ist, ein und lasst es auf gar keinen Fall lange auf sich warten. Weil je länger ihr wartet mit diesen Retakes, desto mehr verzögert sich auch dieses Projekt. Dann noch ein ganz kleiner Tipp von mir, wenn ihr schon gerade dabei seid, alle Audio-Files zu sortieren bzw. zu sichten, gebe ich euch den Tipp, die Sachen auch direkt zu unterteilen. Und zwar je nachdem, wie ihr euer Hörspiel aufgebaut habt. Das heißt, wenn ihr das in Kapitel oder Szenen aufgebaut habt, sortiert die Sachen einfach schon mal vor, damit ihr später nicht lange suchen müsst. Also es kann unter Umständen sein, dass ihr da 400, 500, 600 Takes habt und müsst euch dann immer aus einem riesen Pool gerade den richtigen Take raussuchen. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, wie man die Takes ordentlich benennt und so besser einen Dialogschnitt macht. Aber das mache ich, wie gesagt, in einem anderen Video. Was ich sagen möchte, sortiert das Projekt einfach ordentlich vor, dann geht es später in der Produktion auch deutlich schneller. Meine Mein-Ohren-Kino-Produktion unterteile ich in der Regel in vier Phasen. Das ist einmal der Dialogschnitt, die Vertonung, die Musik und das Mastering. Zum Dialogschnitt würde ich zum Beispiel auch das Vorsortieren der Audio-Files und so weiter zählen. Dann natürlich ganz klassisch der reine Dialogschnitt. Das heißt, die Sprecher-Takes werde ich so aneinanderreihen, dass daraus ein ordentlicher Dialog entsteht. Und dann kommt erst die Vertonung. Also ich kann euch auch nicht empfehlen, alles auf einmal zu machen, weil es ist wirklich kompliziert. Bei dem Dialogschnitt fange ich auch schon von Anfang an, so ein bisschen auch das Panning zu machen. Das heißt, kommt die Stimme mehr von links, kommt die Stimme mehr von rechts. Das heißt, wenn ihr einen Dialog schneidet, könnt ihr halt durch die Verschiebung der Kanäle auch so ein bisschen den Hörer so ein bisschen in den Dialog reinziehen. Das heißt, wenn die eine Stimme mehr von links kommt, kommt die andere Stimme mehr von rechts. Die zweite Phase wäre die Vertonung. In der Vertonung kommen ganz klassisch alle Geräusche dazu, Atmosphäre und so weiter, die ich für die Szene brauche. Meistens ist es so, dass ich wirklich szenenweise arbeite. Also manchmal mache ich es so, dass ich eine Szene wirklich fertig mache. Das bedeutet, ich mache den Dialogschnitt und die Vertonung und dann gehe ich zur nächsten Szene. Wenn es ein kleineres oder ein kürzeres Hörspiel ist, wie zum Beispiel Morturum Kibus, mache ich es oft so, dass ich wirklich jede Szene erstmal den Dialogschnitt mache. Dann mache ich in jeder Szene die Vertonung und dann ganz zum Schluss kommt Musik drunter und Mastering. Das ist immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl, da möchte ich jetzt keine Regel für einfach aufstellen, weil es kommt auch immer darauf an, wie das Hörspiel aufgebaut ist oder wie ich es geschrieben habe. Phase 3 wäre Musik. Bei meinen Hörspielen ist es meistens so, dass ich den Soundtrack dazu selber komponiere und das mache ich meistens wirklich erst zum Schluss, weil wenn ich den Dialogschnitt mache und die Vertonung, da habe ich da einfach keine Zeit zu. Deswegen kommt das immer erst am Schluss. Es ist selten, dass ich eben Musik aus anderen Hörspielen übernehme, die ich mal komponiert habe. Also ich versuche eigentlich immer zu meinen Hörspielen auch immer einen eigenen Soundtrack zu machen. Ist nicht ganz einfach und ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwann auch mal Unterstützung bekomme. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch Bock hättet, mal so einen Hörspielscore zu erstellen oder zu komponieren, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und ich melde mich einfach bei euch. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Phase 4 wäre dann auch schon das Mastering. Da möchte ich euch jetzt nicht groß erklären, wie man einen Master erstellt, sondern einfach nur, das ist da das Finishing eines Hörspiels. Und das kann ich natürlich erst machen, wenn der Dialog steht, wenn die Vertonung stimmt, wenn die Musik abgemischt ist und wenn ich alles noch einmal gecheckt habe, ob alles wirklich so klingt, wie ich mir das vorstelle. Dann kommt das Mastering. Das heißt, ich werde das Ding nochmal exportieren und dann für den Download und so weiter vorbereiten. Die Frage ist natürlich jetzt von euch, wie lange dauert denn sowas? Das ist schwer zu beantworten. Jeder hat da sein eigenes Tempo, jeder hat da auch seine eigene Zeitvorgabe. Aus meiner Erfahrung hätte ich gesagt, plant mindestens zwei Monate Produktionszeit ein, vielleicht sogar ein bisschen länger. Gerade wenn es euer erster Hörspiel ist, nehmt euch einfach die Zeit, probiert Sachen aus und klammert euch nicht so sehr an so einem Zeitplan. Aber so ein bisschen Struktur in so einer Produktion ist schon ganz sinnvoll, einfach, damit ihr wirklich konsequent an irgendetwas arbeiten könnt und immer zielgerichtet, weil ihr wollt ja wirklich ein fertiges Hörspiel haben. Also meiner Schätzung nach hätte ich gesagt, plant wirklich für die reine Hörspielproduktion zwei bis drei Monate ungefähr ein. Vielleicht geht es auch schneller. Kommen wir zum Punkt vier, Master und Finishing. Damit ist nicht wirklich das Exportieren, wie ich es gerade erklärt habe, gemeint, sondern da geht es eigentlich darum, was macht ihr jetzt mit der Datei oder mit dem Hörspiel, was ihr gerade fertiggestellt habt. Ich mache es bei meinen Hörspielen so, dass ich das Hörspiel als MP3 zum Download anbiete. Das hat einfach so ein bisschen Platzgründe oder beziehungsweise Datengründe. Und dieses MP3 versehe ich noch zum Beispiel mit Metadaten. Das bedeutet, ich füge einen Titel hinzu, ich benenne, wie das Album heißt. Bei Motorum Kios sind wir ja schon in der Episode 4. Da macht es halt Sinn, dass man die MP3s auch ordentlich benennt. Für den Download habe ich dann nochmal eine Extra-Datei vorbereitet. Das ist so einfach ein Word-File beziehungsweise einfach ein Text-File. Da steht nochmal so ein bisschen was über die Produktion drin, über den Inhalt drin. Da stehen nochmal die Sprecher aufgelistet. Und das ladet ihr euch automatisch mit dem Download mit runter. Das hat den Vorteil, wenn jemand mal eine Rezension schreiben möchte, dann hat er sofort alle wichtigen Infos, sage ich mal, auch nochmal als Text vorliegen. Und das sind alles so die Kleinigkeiten, die ich dann in der letzten Phase mache. Natürlich muss auch noch ein Cover entworfen werden. Aber für das Cover, muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt keine richtige Phase oder so, sondern das Cover entsteht eigentlich während der Produktion. Da habe ich keine feste Termine, wann ich das machen muss. Als Tipp würde ich euch empfehlen, fangt mit dem Cover relativ zeitig an, weil das könnt ihr ganz gut gebrauchen, wenn ihr das Hörspiel zum Beispiel bekannt machen wollt beziehungsweise wenn ihr es promoten wollt. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 5, die Promotion. Mit der Promotion könnt ihr theoretisch schon anfangen, bevor ihr mit der Produktion anfangt. Also eigentlich, wenn ihr mit dem Casting beginnt, könnt ihr auch schon mit der Promo loslegen. Das muss nichts Aufwendiges sein, aber wenn ihr zum Beispiel auf Facebook oder Twitter schon vertreten seid, dann würde ich euch empfehlen, macht so eine Art Produktionstagebuch. Fotografiert euch, wie ihr gerade irgendwas aufnehmt, wie ihr vielleicht eigene Geräusche aufnehmt, wie die Sprecher aufnehmen und in regelmäßigen Abständen berichtet ihr einfach über die Produktion. Das macht die Leute einfach aufmerksam auf euer Projekt. Niemand kennt euch und ihr fangt theoretisch bei Null an und es ist gar nicht so einfach, über den eigenen Freundeskreis hinauszukommen. Das heißt, fangt also frühzeitig mit der Promo an, schreibt auch etwas über die Hintergründe. Vielleicht möchtet ihr auch eine eigene Homepage machen, wo ihr später dann auch euer Hörspiel veröffentlicht könnt. Das ist eigentlich von Vorteil, weil ihr könnt sozusagen eine Homepage bewerben, wo die Leute sich dann euer Hörspiel runterladen können. So mache ich es bei Mein Ohren Kino ja auch. Ein weiterer Punkt in der Promotion ist natürlich die eigene Community aufbauen. Damit meine ich, dass ihr wirklich abgesehen von eurem Freundeskreis noch eure Fangemeinde erweitern müsst, damit möglichst viele von eurem Hörspiel erfahren. Dazu bietet sich natürlich Facebook, Twitter und so weiter an. Da werdet ihr, also wenn ihr da schon unterwegs seid, habt ihr da vielleicht auch schon so eine Community. Vielleicht seid ihr auch in irgendwelchen Hörspielgruppen, wo ihr einfach dieses Projekt vorstellen könnt. Ihr könnt auch gerne in die Mein Ohren Kino Community auf Facebook beitreten. Da könnt ihr zum Beispiel auch eure eigenen Projekte vorstellen und könnt auch so ein bisschen was darüber erzählen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Selbstverständlich bietet sich auch an, dass ihr Produktionstagebücher per Video macht, indem ihr euch einfach einen eigenen YouTube-Kanal erstellt und da eure Videos präsentiert. Und vielleicht auch das Hörspiel natürlich. Das mache ich hier natürlich auch nicht anders. Das war es auch schon mit der kleinen Workshop-Reihe Hörspielproduktion, Planung und Organisieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch vielleicht auch so ein bisschen was Neues erzählen. Vielleicht konnte ich euch auch die Angst nehmen, endlich mal eine eigene Hörspielproduktion anzufangen. Und falls ihr das schon getan habt, könnt ihr das natürlich auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Euer Projekt vorstellen, würde ich mich echt sehr darüber freuen. Natürlich könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr noch nicht genau alles verstanden habt oder wenn ihr noch konkret etwas wissen wollt. Auch einfach in die Kommentare schreiben. Beantworte ich euch sehr gerne. Dann bleibt mir noch zu sagen, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr die anderen Workshop-Videos auch noch gerne sehen wollt und keins verpassen wollt, einfach die Glocke anklicken und meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei eurer ersten Produktion und ich wünsche euch was. Bis dann!